Von Escher-Hong am Sprung. Das wäre schön. Gibt es eine 15-4-5 nämlich. Aber jetzt erst mal Lai Giannini. Warte, Unterschwung. Hongmar, Rückschwung, Handstand. Schön. Schöner Healy direkt hinterher. Felge halbe. Muss er kämpfen. Schiebt die Felge noch irgendwie raus. Wird ihm wahrscheinlich nicht angerechnet werden. Tun die Felge nochmal. Aber nicht perfekt. Auch nicht gut. Riesenfelge, Oberarmstämme. Diamidov. Stützkehle. Aufstemmen. Und Doppelsalto vorwärts. Ah, man weiß nicht.